Hey Leute, das ist ganz höherem Willkommen bei WTN Germany. Könnte er da mit jemandem auf den Schlips treten? Schon länger ist bekannt, dass ein Biopic über das Leben von Robbie Williams, 48, gedreht wird. Dabei spielt der Sänger sich teilweise auch selbst. Er kündigte schon an, dass er kein Blatt vor den Mund nehmen wird und auch über Drogen, Sex und psychische Erkrankungen reden wird. Gleichzeitig ist außerdem eine Netflix-Serie über ihn in Planung. Doch der Entertainer sorgt sich auch, Robbie hat Angst, gecancelt zu werden. Ich bin sowohl gespannt als auch nervös, gab er in seinem Podcast Robbie Williams Rewind zu. Er philosophierte darüber, dass man in der aktuellen Zeit jederzeit ganz schnell angefeindet werden könnte. Man kann für alles mögliche GC. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.